Wir stellen uns eine globale Katastrophe vor. Was würdest du tun? Wir sind 21 Personen, aber der Bunker ist nur für 10 ausgelegt. Wenn ein Vorfall... Sie wollen, dass wir entscheiden, wer in den Bunker darf und draußen sterben muss. Alles ändert. Weißt du, was Apokalypse eigentlich bedeutet? Das Enthöhlen dessen, was vorher verborgen war. Was würdest du tun, wenn es kein Entkommen gibt? The Philosophers. Die Free-TV-Premiere. Mittwoch, 20.15 Uhr. ProSieben.